Warum ist Beten für uns Christen so wichtig und wäre es nicht effektiver anzupacken, statt beten zu gehen? Denn ich habe schon von einem Geistlichen gehört, dass man weniger zur Anbetung gehen soll und dafür sozial-karitativ handeln soll oder pastoral tätig werden soll. Diese falsche Alternative ist gegen jede geistliche Erfahrung. Beides ist entscheidend wichtig. Und die Benediktiner haben die Regel und den Grundsatz, dem Gebet nichts vorzuziehen. Und vielleicht waren sie es, die auch am meisten mit ihrer Hände Arbeit Europa geprägt haben.